um das auszugleichen, damit die Plasmide sich nicht permanent ändern. Dann gucken wir mal. Ich bin mal gespannt, wie weit wir heute kommen. Ich habe ja die Vermutung, dass wir heute durchspielen. So, Spiel wird gespeichert. Oh, Zorn. Oh Gott, guckt das mal, unser... Guck dir mal unsere Hand an. Alter. Was haben wir hier? Splittergranate. Uh. Der Zirkus der Werte. Hm. Ich war so wütend, als ich hier angekommen bin. Aber mein Gott, ich hatte ja keine Ahnung. Hier sind überall Bewaffnete. Ich habe eine Fokus, die fliegen wollte und über den Zaun geklettert ist. Einer von Rhynes Wachleuten hat nur, ob sie gezeigt und sie ist in Flammen aufgegangen. Einfach so. Ich stehe in Flammen. Ich gehe in Flammen auf. Ich gehe in Flammen auf. Boah, ist das fies. Ja, natürlich. Nein, ich will... Nein, lass mich doch... Alter, lass mich doch vorbei. Alter. Oh Gott. Furchtbar, wenn man so klemmt. Ah. Ich trau mich gerade nicht... Oh Gott, was ist das denn? Ich trau mich gerade gar nicht zu kämpfen, weil wir so wenig Munition haben. Deswegen laufe ich jetzt gerade mal... Oh, da ist schon ein MG. Oh Gott. Oh, der stirbt aber auch nicht. Alter. Alter. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, und jetzt haben wir auch noch Alarm ausgelöst. Oh nein. Geh weg. Lass mich. Du stinkst nach Magi. Er ist kein schlimmer Finger. Er schmeißt nur Granaten. Auah. Lass das. Was ist das denn? Okay. Oh Gott. Okay. 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 Vielleicht wenn ich dieses genetische... Papa Zuchang! Weg da! Papa Zuchang! Papa Zuchang! Papa Zuchang! Hau ab, du dreckiges kleines Miststück! Zurück! Zurück! Okay, so ist es also passiert. Ja, so einen Bohrer möchte ich nicht im Rücken stecken haben, muss ich sagen. Was ist das hier? Oh, eine Splittergranate. Ich werde verrückt, nur nicht so viel. So, jetzt haben wir das gegen... Definitiv. Es wird Zeit, dass er Gelegenheit ein Ende findet. Das heißt, wir sollten verschwinden. Gehe zu Point Pometheus. Das heißt, wir sollten verschwinden. Okay, da oben war eine Kamera. Die sollte hier mal verschwinden, glaube ich. Aua, lass das. Ja, Alter, Hilfe! Was ist denn hier los? Äh, Spiel? Ist das mies, wenn man... Wenn man keine Munition hat? Oh Gott, Alter. Ähm, 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 ähm... Es tut mir leid, dass ich gerade so durchrenne. Ich kann es nicht ändern. Ähm, ich habe keine Muni. Wo, wo muss... Aua, Alter, hä? Gott sei Dank, Alter. Ich brauche irgendwie mal... Irgendwie muss ich mal an Muni kommen. Und wieso zeige ich da... Jetzt zeige ich da Fall wieder hier lang? Okay. Da ist die Kamera. Die uns nicht sehen darf. Uah. Uah. Lauf doch... Oh Gott, wieso hänge ich denn hier? Hilfe! Aua, Alter, lass das. Hilfe, Aua, lass das. Okay. Ich verschwinde hier. Ist mir ein bisschen zu viel Stress hier, muss ich sagen. Hallo, Leute! So, du kriegst einen auf die Birne und lässt mich in Ruhe. Oh Gott, 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 oh Gott. Oh Gott. Ich will mir die Munition sparen, die ich überhaupt noch habe. Äh. Hä, wo muss ich hin? Was? Ernsthaft? Jetzt sag mal nicht, ich muss da rein. Höh. Nimm 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 nimmers. Aber all dein Geld auf die Gänsemutter zu setzen, nimm 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 nenn. Es ist nicht so, dass du noch nie auf die Nars gefallen wirst. Du weißt, was ich meine. Geh zum Point Prometheus. Wir regeln das wie Männer. Wir regeln das wie Männer. Toll. Und mehr relatives, als du dir vorstellen kannst. das U-Boot und mehr Adam, als du dir vorstellen kannst. Das Problem ist, ich werde das nicht schaffen, mit den Munitionsklamotten, die ich hier habe. Guck mal, hier waren wir schon mal. Ich hätte gerne ein wenig... Hallo, mein Freund. Ciao. Okay, da ist ein Film. Ich glaube, wir waren hier schon mal... Lass das. So, Point Promitois. Da gehen wir mal hin. Da reisen wir einfach mal. Ich hoffe, wir können noch irgendwie was kaufen gleich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Little Wonder. Das sieht echt nach Finale aus. Das Problem ist, ich habe kaum Munition. Und ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, gegen Fontaine zu kämpfen. Das wird böse ausgehen. Das wird sehr, sehr böse ausgehen. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, wir schauen mal. Spiel speichert. Natürlich. ach du scheiße ich habe den idioten willst du mich verarschen was ich bin überfordert wie soll ich denn da durchkommen komm ich irgendwie drüber aber da brennt doch alles okay ich glaube wir müssen ein bisschen warten ist ja ist ja spannend oh nein oh nein oh nein oh nein ich sehe was da vor uns auf und zu kommt ich verdammt alter wir haben nichts wir haben gar nichts oh gott wir haben nichts wir haben nichts na super hier ist doch ein big daddy das ist doch ein big daddy den wir nehmen können waffen upgrade was haben wir denn noch hier warte mal scharnimmunität schrotflinte beschleuniger erhöht die feuergeschwindigkeit machen wir mal mhm hab ich schritt um selbst so ein abscheulicher big daddy zu werden du kommst nur durch die tür durch die fontaine gerade abgehauen ist wenn eine little sister sie für dich öffnet und die little sisters vertrauen dir nur wenn du wie einer von diesen ekelhaften brechern aussiehst klingst und riechst ok das heißt also wir müssen zum big daddy werden ähm wo ist die kamera wieso wieso kann ich wieso komme ich hier achso uah ich hack das mal eben ich hoffe ich kriege das irgendwie hin ähm oh gott furchtbar furchtbar wir müssen nach unten ok äh lalalalalala das kann nach hier mhm der kann schon mal nach hier der kann nach hier und haben wir noch eine gerade irgendwo brauchen wir noch da ist noch eine so da und dann noch eine gerade nach unten die haben wir hier oben ok und dann haben wir es sehr schön so die kamera gehört zu uns das ist schon mal super ich bin so ein bisschen ja ich sag mal nicht so erfreut dass wir uuuh ich bin nicht so erfreut hab ich jetzt auch nicht set wieso ist die kamera denn jetzt kaputt gegangen ich bin nicht so erfreut dass wir so wenig munition haben das macht mir ein wenig sorgen muss ich sagen uuuh wer schreit denn da so laut alter fuck wir müssen sie dort treffen wo es weh tut die neue damage research 2 ermöglicht es ihnen die schwächen ihrer gegner mehr als je zuvor zu ihrem vorteil zu nutzen verringern alle physischen schäden du 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 erhöht den schraumschlüssel schaden das können wir eigentlich nicht machen weil oh gott uua was oh big daddy schuhe haben wir gefunden äh was ich komme schon so ein bisschen wie so ein big daddy vor muss ich sagen ich stampfe ich stampfe und watschel schon hier rum watschel 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 ok ich nehme alles mit was ich hier was ich hier irgendwie finde Pistolen munition hier nicht keiner was warte mal dann können wir die mal nachladen dann können wir hier wieder ein bisschen rum alter stampf stampf uua du auch ach der ist voll durch ne der ist voll durch der typ ok der fonteen Ja, jetzt mach mal keinen Stress, ich will mich ein bisschen umsehen Wo ist es hier? Okay, wir müssen hier lang Oh, warte mal Kommen wir jetzt durch die Tür? Waschbecken benutzen, was soll man hier? Kaffee trinken, hier haben wir noch ein paar Dollar Wir haben ein Tagebuch gefunden Fontaine ist tot Schlecht für Fontaine Gut für Souchong Ich werde mich ein bisschen rar machen Dann wird Mr. Ryan schon nach mir suchen Tennenbaum verschwunden Fontaine verschwunden Und Souchong weiß als einziger Über die Little Sisters Bescheid Wie ich schon sagte Das ist sehr gut für Souchong Willkommen im Zirkus der... Ich brauch mal lieber zwei Medi... Zwei... Oh, Alter Oh Gott Oh Gott, wie ich das hasse Wie ich das einfach hasse Wie ich das einfach hasse Ich dachte, ich könnte wenigstens den Roboter jetzt hacken Aber okay Andrew... Oh Andrew Ryan hat es nie gegeben Ähm... Was passt jetzt, wenn ich die Kugel die Bulls einmache? Passiert dann jetzt irgendwas damit? Ansonsten muss ich es anders machen Scheiße Fuck Egal Alter, ich hab keine Muni mehr Hö, was? What the fuck? Hier musst du mir die drei Verlusten zusammenzuhören Damit du hinterher so widerlich stinkst wie ein Big Daddy Okay Ich glaube... Die Schuhe haben wir noch, ne? Oder? Ich glaube, ja Hört sich, hört sich zumindest, hört sich zumindest danach an Okay, jetzt gehe ich an Uh, was? Oh, das gibt's doch nicht Ich frage mich Ich frage mich gerade Aua Den Stimmenverzerrer soll es hier geben Okay Wow Was ist denn hier los? Ich schnalle gerade gar nichts mehr Hier ist ja, alter, voll die Action Hier ist voll... Wow Wir haben nichts mehr Wir haben gar nichts an An Munition Ich hab auch keine Ahnung, wo wir was finden Ich hab auch keine Ruhe gerade irgendwie Ja Es ist nur Permanente Action Stimmenverzerrer Wären sie ihrer Hex immer Was noch von Alarm unterbrochen Dann brauchen sie noch heute Ne, das brauchen wir nicht Ich, äh... Nein, das brauchen wir nicht Das hätten wir Jetzt brauchst du noch zwei Dinge Den Anzug und die Pheromone Auf den anderen Labors Worauf wartest du? Brauchst du eine schriftliche Einladung? Nein, aber, ähm... Ich hätte gern auch mal ein bisschen Munition Und alles und tralala Aber, äh... So ohne Muni Ist scheiße Wie die... Wie die Frau immer einen drängelt, ne? Es ist unfassbar, ne? Das ist unglaublich Okay Ja, und auch an alle Willkommen ins Alter Willst du mich verarschen? Ihr wollt mich doch... Ihr wollt mich doch verarschen Ich hab keine Muni mehr, alter Hulk Alter Lass das doch Lass das doch sein Ich tu euch doch nichts Das ist doch nicht wahr, ey. Alter, das gibt's doch nicht. Wie brutal schwer das Spiel ist, wir zum Ende hin. Ich hab das gar nicht mehr so in Erinnerung, dass es... Oh nein. Der muss jetzt, der muss gerade, jetzt muss der kommen, ne? Es ist, äh, was wollte ich gesagt haben, bevor ich unterbrochen worden bin? Ich grüße alle, die auch auf Twitch zugucken. Für dich auf YouTube. Wie gesagt, wir sind wieder im Live-Let's-Play. Ähm. Ja, ist klar. Er muss jetzt kommen. Mit dem werde ich mich bestimmt nicht anlegen, jetzt. Oh Gott. Ja, ja, ciao. So, unsere Stimme haben wir geändert. Wir haben schon die Schuhe an. Wir müssen zusehen, dass wir jetzt noch, äh, die anderen Sachen kriegen, weil wir müssen uns in einen Big Daddy verwandeln. Damit wir zu Fontaine kommen. Hier waren wir schon, ne, oder? Waren wir schon? Ich glaube nicht. Doch, da waren wir schon. 1-921. 1-921. Ich glaube aber nicht, dass wir sie brauchen werden. Sobald der Big Daddy... Huh. Nein. Was? Ach, komm. Du hast den traurigen Grenz von Rhyme geplatzt. Träumen vor dir. Glaubst du, wenn du passierst, wenn du dich verwerbst, dann kannst du hier bleiben. Und mit dem Rhythmus dieses Pads abdauern. Mann, ey. Wie ich das hasse. Diese dämliche Kamera. Ey, das ist... Ja, natürlich. Buh, 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 buh. Aua. Ähm. Das gibt's noch nicht. Das gibt's noch nicht. Das ist noch nicht wahr. Das... Ich glaube, wir sind das, ne? Die so stöhnen, oder? Kann das sein? Scheiße, die scheiß Kamera. Da brauchen wir irgendwie eine andere Waffe für. Geht das mit dem Bogen? Mit dem Brandbolzen? Hör, ich seh nix. Oh Gott. Ich glaub, wir haben die Kamera. So, wie sollen wir denn jetzt... Hier komm ich doch niemals nicht rein. Ähm. Okay.